Ich war einfach nur dumm und hab gedacht, dass ich Tom helfen könnte. So furchtbar das auch alles war, es ist meine Schuld. Ihr seid 18. Ihr seid jetzt erwachsen. Du musst einen Job finden, Mann. Ich hab das letzte Woche für dich organisiert. Und du hast ihn nicht angerufen. Ich hatte viel zu tun letzte Woche. Was hattest du zu tun? Ich hab die ganze Last für euch beide getragen. Das hab ich mir wirklich anders vorgestellt. Ich meine, wann hast du realisiert, dass das Toms Kind ist? Ich zieh dein Kind seit anderthalb Jahren auf und dein Kind seit drei Jahren und ich hab die Schnauze voll. Wenn du einen Job hättest, zu dem du hingehen würdest, dann wüssten wir, wo du bist. Wer weiß, was zur Hölle du machst. Alles, was passiert ist, war das direkte Ergebnis meiner ziemlich dummen Aktion. Er weint und dann hör ich Tom weinen und ich fang an, über alles nachzudenken. Du musst etwas dagegen tun, denke ich. Da kann man nichts tun. Ah! Da kann man nichts tun. Bis zum nächsten Mal.